Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV Video Wochenschau. Unsere Themen sind Azubis unterstützten Malteser in der Sortierstation in Eute, Rasterfechter reist nach Jena zum Tabellenführer, bunte Aktionstage im Autohaus Klöker. Doch als erstes schauen wir nach Dinklage. Dort gab es am Freitag die Delegiertenversammlung vom Kreisland-Volk-Verband. Wir waren erstmal sehr froh, dass er eine Zusage hier gemacht hat und er hat auch wirklich die Erwartungen auch erfüllt. Man kann schon sagen, er hat einen staatsmännischen Auftritt hingelegt und er ist in der großen Politik zu Hause, aber hatte auch Detailkenntnisse im Agrarbereich. Das hat er dann auch von seinen Referenten bekommen. Franz Josef Holzenkamp, MDB, hat ihn dabei auch noch mal unterstützt. Und was uns eben gefreut hat, er sucht den Kontakt zu uns und hat uns auch eingeladen, dass wir mit, sogar mit dem Agrarkommissar Phil Hogan sprechen können und mit ihm dann natürlich auch. Und ich denke mal, dass wir die Einladung annehmen werden, weil Europa macht auch die Agrarpolitik. Das muss man immer wieder sich in Erinnerung rufen. Wir haben zwar im täglichen Leben viel mit der Landesregierung zu tun, aber die richtige Agrarpolitik wird in Europa gemacht und das ist das Entscheidende dann. Gerade bei solchen schlechten Preisen ist der einkommenswirksame Anteil von europäischen Geldern noch viel höher und deswegen kümmern wir uns auch intensiv. Aber der europäische Haushalt ist eben so ein Sechs-Jahres-Haushalt. Das heißt, alle sechs Jahre wird neu aufgebaut und werden die Bestimmungen wieder aktualisiert und da ist jetzt schon sozusagen die Vorbereitung für 2020 und da wollen wir uns schon einbringen, was dann passiert. Wir müssen einmal wettbewerbsfähig bleiben, das ist die eine Sache, aber wir müssen auch die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Produktion erfüllen, um da die Verbraucher nicht zu vergrämen. Wir können zwar einen großen Teil nur am Weltmarkt absetzen, aber der eigentliche Verbrauch findet in Europa statt und da wollen wir auch dann gute Produkte anbringen an die Verbraucher und da müssen wir uns natürlich die Diskussion auch mit den Verbrauchern stellen. Heute bin ich wieder in der Malteser Sortierstation in Eute, da wo die Sachspenden für die Flüchtlinge gesammelt und sortiert werden. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich die Auszubildenden von Big Dutchman getroffen. Die hatten eine fantastische Idee. Sie haben sich nämlich bereit erklärt, hier einen Tag lang die Sachen zu sortieren, um sie für die Flüchtlinge aufzubereiten. Andere Firmen sind diesem Beispiel gefolgt. Heute ist die Firma Schickling aus Fisbeck da und wir sehen im Hintergrund die Auszubildenden bei der Arbeit. Heute werden vor allem Spielzeug-Sachen für die Kinder sortiert. Die Aktion war ein voller Erfolg, weil sich viele Firmen gemeldet haben, so viele, dass wir wahrscheinlich noch Ende dieser Woche mit der Arbeit hier fertig sein werden. Eine tolle Aktion, vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben. Ich mache eine Ausbildung bei Schickling zur technischen Produktdesignerin und wir sind heute hier und sortieren Spielzeug aus. Und dann, je nachdem, Bücher werden extra sortiert. Und ob die Heile noch sind oder nicht, das sortieren wir hier aus. Gipfeltreffen in Thüringen. Den Basketballern von Raster Vechta steht ein echtes Spitzenspiel bevor. Der Tabellenzweite der zweiten Bundesliga Pro A gastiert am Samstag um 19 Uhr bei Spitzenreiter Science City Jena. Beide Mannschaften strotzen vor Selbstvertrauen. Raster hat die letzten fünf Spiele gewonnen, Jena gar die letzten sechs. Es ist immer etwas Besonderes, wenn zwei Teams mit großen Zielen aufeinandertreffen, sagt Rasters Kapitän Derek Allen vor dem Duell in Jena. Er freut sich ganz besonders auf das Spiel, denn mit Emanuel McElroy trifft er einen alten Weggefährten wieder. Beide Top-Spieler der Pro A haben jahrelang in der ersten Liga gespielt. Zwei Jahre davon gemeinsam in Berlin und Braunschweig. Jetzt kommt es zum nächsten direkten Duell. Rasters Trainer Andreas Wagner erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Nuancen werden entscheiden, sagte er im Vorfeld der Partie. Was er außerdem noch sagte, sehen wir jetzt. Es ist natürlich ein sonderes Spiel, weil es da zwei gute Mannschaften aufeinandertreffen. Ähnliche Situationen wie wir letzte Woche in Gotha hatten. Vor dem letzten Doppelspieltag war Gotha auch auf Platz 1. Wir haben das sehr gut gemacht in Gotha. Jetzt fahren wir nach Jena. Wir werden die Woche ganz normal weiter arbeiten und uns genauso auf Jena vorbereiten, wie wir uns auf Chemnitz vorbereiten haben. Dann werden wir sehen, was am Samstag in Jena passiert. Eine Frage, die beschäftigt jetzt jeden. Wo geht Silvester hin? Die große Party? Zuhause mit Oma, Binder for One gucken oder denn doch lieber das langweilige Bleigießen? Keine Angst, langweilig wird es bei der Oldenburgischen Volkszeitung nicht. Ich habe für euch ein ganz besonderes Angebot und das schauen wir uns jetzt an. Egal ob auf Papier, digital als E-Paper, auf dem Tablet oder sogar früher informiert auf der OV-App via Smartphone. Bis Silvester gratis. Genau. Ihr habt richtig gehört und gelesen. Wir schenken euch die Zeitung. Jetzt das OV-Jahresendabo abschließen und bis zum 31. Dezember kostenlos die OV lesen. Digital oder gedruckt. Obendrauf gibt es von uns noch ein Geschenk gratis. Und welche Geschenke das sind und wie man es bestellen kann, das gibt es ganz einfach online, auf unserer Webseite, im Aboservice und natürlich persönlich in unseren Geschäftsstellen in Vechta, Lohne, Dinklage und Damme. Wir stellen an diesem Wochenende hier im Vechta bei Audi Klöker den neuen A4 und den neuen A4 Avant vor. Unter dem Motto, weil Sportlichkeit genau zu mir passt und der Sportlichste seiner Klasse, präsentieren wir hier mit einigen Kooperationspartnern Sportlichkeit, vegane Ernährung, gute Ernährung, insgesamt Wellness in Form von Wellnessreisen oder auch mit dem Hotel Burg Dinklage Villa Vita dabei. Musik 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 In der Mittagszeit waren schon 250 Gäste hier vor Ort und haben unsere Aktivitäten direkt mit verfolgt. Jetzt der Sonntag, da erhoffen wir uns natürlich noch ein bisschen mehr Besucher, aber wir sind auf dem besten Weg, die Bude voll zu bekommen heute. Musik Man muss sich schon immer etwas Neues einfallen lassen, damit auch die Leute tatsächlich ihre Häuser verlassen und zu uns kommen möchten, um interessante Dinge zu erleben und eben ganz, ganz hochwertige, tolle Produkte bei uns erleben zu können. Musik Das war unsere neue Video-Wochen-Schau. Nächste Woche fällt die Wochenschau einmal aus, aber in zwei Wochen nach meinem Urlaub sehen wir uns wieder. – Untertitelung des ZDF, 2020